Mein Name ist... Ich wollte dich ganz so hoch machen. Soll ich ganz so hoch machen? Mein Name ist... Keine Ahnung. Dobby-mäßig. Sir! Ja. Mein Name ist... Namen sind was für Grabsteine, Baby. Why not? Immer wieder neu. Nimmst du schon auf? Ja, natürlich nehm ich schon auf. Hallo, schön, dass ihr... Äh, warte, ich hab mir hier so ein paar Moderationsnotizen gemacht. Ich nehm mal die jetzt, ja? Immer wieder neu, immer wieder anders. Wir sind's, why not? In Worten, Tommy und Christian. Hallo, Tommy. Ich bin der Christian. Yeah, der ganz ungezwungene Vorhörer-War-Rake. Kam total spontan. Kommt bestimmt auch so beim Zuhörer an. Ja. Wineprobe, Hashtag, number two. Vor allem Hashtag, number two. Warum sagst du denn immer Wineprobe? Ja, weil ich mit Wine bin ich schon so im Englischen drin. Und dann bin ich multilingual. Nee, das geht nicht. Das hab ich wirklich mal festgestellt bei der Soldat James Ryan. Den hab ich, ähm, Ryan, im Original gesehen. Und lächle mich nicht so an. Und jedenfalls dann reden sie ja auch wirklich deutsch. Also die Deutschen. Ist ja logisch, dass die Deutschen deutsch sind. Die Deutschen. Und dann hatte ich total Probleme. Ich hab die Deutschen nicht verstanden. Weil ich die ganze Zeit wirklich so auf dieses Englische geeicht war, dass ich die Deutschen nicht mehr verstanden hab. Tja. Ich hab Probleme. Ich bin behindert. Ja. Gut. Also Weinprobe. Hashtag zwei. Gartensaun heißt das. Neumachen. Gartensaun? Oh Gott. Ja. Also wir haben wieder ein paar, also wir haben ja jetzt kein Feedback eigentlich so bekommen. Hattest du das eigentlich rausgecutt beim letzten Mal? Was weiß ich noch fragen. Ob du die Feedback-Anfrage von uns rausgecutt hattest aus der ersten Ausgabe. Ja, wir wollten ja eigentlich Feedback haben. Wie kommt es bei den Leuten an, dass wir jetzt mehrere Sachen in einem verwursten? Aber. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es war eigentlich drin. Jedenfalls, ja. Also ich hab keinen negativen Kommentar gelesen. Von daher machen wir jetzt einfach mal so weiter. Wir kriegen im Moment, also machen wir jetzt mal diese Kommentare. Wir kriegen keine Kommentare. Im Moment. Außer von Rift Headbanger. Du bist ein cooler Typ. Ja, stimmt. Der hört das immer. War auch ein sehr geiles Kompliment schon unter dem dritten oder vierten Video. Ja. Nächst mal Burtman fünfter oder so. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, hat mir. Das war natürlich auch ein sehr lobendes Kommentar. Hat mir auch gefallen. Ja, aber das ist ein Anspruch einfach weiterzumachen. Also von daher. Ja. Ja, ansonsten schreibt keine Sau. Ja. Ja, halt die Leute, die man kennt. Aber das ist ja nicht ganz so. Die zählen nicht. Jedenfalls, ich hab nichts negatives gehört. Von daher machen wir jetzt einfach mal so weiter. Ihr könnt ja unten in der Timeline die Filme auswählen, die euch gefallen. Dann, wer Walking Dead das Video nicht gesehen hat. Wir haben jetzt keine DIA-Show mehr, weil es keine Sau interessiert. Genau. So wie immer. Das war, glaube ich, alles nochmal grob zusammengefasst. Fangen wir an mit dem ersten Film. Wir machen es wieder bäumchenwechselig mäßig. Ich war gestern bei Kingsman. Oh, toll. Ja. Und... Das ist ein Film, oder? Das ist ein Film. Hat bei IMDb 8,2 gehabt. Und beim Metascore, wo ja die Kritiker abstimmen, 59 oder so. Was sehr dürftig ist. Also Metascore, die Kritiker sehr dürftig aufgenommen. Die User, der gemeine Kinogänger, aber sehr positiv. Und deswegen weißt du, was stimmt denn jetzt? Ja, also ist es sowas, dass es unterhaltsam ist, nur kurzweilig und nur für den Laien unterhaltend. Und ich hab's mir angeguckt und am Anfang hatte ich die extreme Befürchtung, dass es genauso was wird wie Imitation Game. Ich hab mich ja darüber schon mal ausgelassen, dass es so ein schablonenhaftes Ding hat und du weißt genau, was jetzt passiert. Und es ist total gefangen in diesem Muster, dass du was geboten bekommst, was du zigmal gesehen hast. War aber nicht super geil. Es war sehr unterhaltsam, ja. Weil es hat dann angefangen, irgendwann mit diesen Klischees und Erwartungen wirklich zu spielen und was Eigenes reinzubringen. Ich kenn diesen Ausschnitt da so, was ist das da? Eine Handgranate. Ja, das war halt diese Hommage an diese James Bond-Szenen mit Q, immer mit der neuesten Ausstattung und so. War ganz lustig, weil er hat dann beim Rausgehen der junge Typ, der den Spitznamen Exi hat, ich weiß wirklich so, also Eck wie das I auf Englisch und dann S-Y noch hinten. Exi. Exi. Er heißt eigentlich Gary. Soll ich ihn jetzt Gary nennen oder Exi? Ja, egal. Jedenfalls, er hat dann noch am Ende auf die Tablets und iPhones verwiesen. Was sind damit? Und so. Total aufgeregt, dass er jetzt sowas haben könnte. Und Colin Firth war dann, er ist komplett veraltete Technologie, beachte es nicht weiter. Das war noch so ein kleiner Mittelfinger so an diese Apple-Generation. Fand ich ganz cool. Aber, ja, jedenfalls Imitation Game am Anfang dachte ich, weil dieser Exi, der Vater von ihm war halt schon bei diesem Geheimbund, dem Colin Firth angehört. Und natürlich kommt der Gary deswegen da auch rein, also Exi. Und du kriegst dann auch wirklich, gibt es diese Szene mit Colin Firth in der Bar, wo er im Trailer danach sagt, sorry, ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Da gehen sie halt so durch, ja, du bist ein Typ mit Potenzial, du hast einen überdurchschnittlichen IQ, du hast mal Tonen gemacht, du warst bei den Marines, bist da ausgestiegen. Und das war wirklich sowas, oh Leute, bitte. Und dann kurz danach wird er auch von so ein paar Schlägern verfolgte Exi und kann dann mit Ton, mit einer ziemlich krassen Parcours-Szene entkommen. Aber so wird halt der Charakter etabliert. Ja, aber mir hat halt dieses, dass sie sich da schon drüber lustig machen. Also sie ziehen es nicht komplett durch, 22 Jump Street zum Beispiel. Habe ich noch nicht gesehen, aber den ersten. Leider, ja. Ja, aber der zweite ist halt so, sie gehen von Anfang an mit der Einstellung rein. Ja, wir machen jetzt genauso wie das erste. Und sie reden auch die ganze Zeit so, ja, ist ja genau derselbe Fall wie damals. Und wirklich die ganze Zeit bringen sie das. Und das fand ich total genial. Also das heißt total genial. Es steht so ein bisschen drüber über dem, was man sagt. Genau. Und das war halt dieses Spiel mit den Erwartungen einfach. Das ist halt so ganz unschuldig zu sagen, ja Leute, was erwartet ihr eigentlich? Wir bringen dasselbe nochmal. Was sollen wir auch anderes machen? Das wird ein bisschen krasser und so, aber das ist halt dasselbe nochmal. Und genauso ist es hier, dass sie mit irgendwelchen Erwartungen halt spielen, die du hast. An Agentenfilme. Ja, genau. Also genau dieses Agentenmäßig. Colin Firth tritt am Anfang so richtig als so der Snob auf. Also der bonierte Gentleman. Und du merkst dann irgendwann einfach, er kickt Ass, aber richtig. Oh yeah. Und macht in der Bar-Szene halt alle krass fertig. Und da muss ich auch sagen, die Regie hat ja Matthew Vaughn übernommen. Ja. Der auch Kick Ass gemacht hat. Deswegen jetzt Kick Ass, verstehst du das? Das war so eine Reminessenz. Das war ja gelogen. Jedenfalls, diese Action-Szenen war nicht so ganz gut wie in einem Jackie Chan Film. Also können wir ja glaube ich mal kurz erzählen. Es gibt dieses Format Every Frame a Painting auf YouTube. Every Frame a Picture. Every Frame a Picture. Jedenfalls da hat einer, der nimmt immer so, wie soll man sagen? Filme auseinander und bestimmte Muster und so. Ja genau, nicht nur einfach so, der macht es so und so, sondern er sagt, warum sind Jackie Chan Action Filme so gut und was machen amerikanische Action Filme falsch? Und Jackie Chan Action Filme, um es mal kurz runterzubrechen, sind eben so gut, weil er immer Steady Kamera hat. Also eine festpositionierte Kamera mit White Angle. Du siehst die ganze Zeit immer alles. Und es ist eine krasse Choreografie. Und du siehst es halt ungeschnitten. Dadurch wirkt es einfach krasser, weil es halt einen Übergang hat. Und wenn es Schnitte gibt, dann mit so ein paar Extras. Verweisen schon an die nächste Szene. Ja und mit so ein paar Tricks. Wir verweisen mal auf das nächste Video. Vielleicht kannst du es ja sogar verlinken, wenn du dran denkst. Mal gucken. Was? Das ist dem Kanal. Achso, dass wir noch die letzten 14 Abonnenten hier verlieren. Warum? Weil das ist doch nicht, dass man wieder verliert. Ich habe Minderwertigkeitskomplexe, lass mich. Jedenfalls. Es ist nicht ganz so gut wie in diesem Jackie Chan Film. Aber es ist sehr viel besser als der durchschnittliche Action Film heutzutage. Er hat dieses ganz schnell gekattete. Was Jason Bourne so... Jetzt kommt hier schon wieder ein Anruf. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Da muss ich jetzt aber rangehen. Sorry. Cut. Und Action. So, da sind wir wieder. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Bei Jackie Chan, genau. Also es ist über dem... Ach nee, Jason Bourne war ich ja schon so weit. Was Jason Bourne halt hatte, diese ganz vielen schnellen Schnitte halt, wodurch du sehr leicht die Übersicht verlierst. Und das macht halt jeder Action Film irgendwie. Jackie Cam, bla bla. Mitten drin in die Handlung, genau. Und dann möglichst noch den Schlag mit nachvollziehen und so. Hier war es besser, weil er sehr viel mehr Sequenzen zusammenhängend hatte. Also es gab auch diese schnellen Schnitte mal, aber... Auch viele Zeitlupen und so, glaube ich, ne? Ja, einige. Oder das moderne Action Kino. Aber sie haben das versucht noch mit so einem Effekt immer zu belegen, wenn ein Objekt Geschwindigkeit annimmt, das halt an den Rändern so... Von Schärfes. Ja, genau, Unschärfe. Und das haben sie noch gemacht. Aber es war schon sehr viel besser choreografiert als mancher Action-Film, also der heutzutage... Habe ich auch gehört von anderen Seiten. Das war wirklich nett anzuschauen. Es war nicht immer ganz die richtige Distanz eingehalten, mal zu viel, mal zu wenig, aber es war trotzdem anschaubar. Es war unterhaltsam. Ja. Und ja, was wollte ich noch sagen? Nichts mehr. Ja, doch, ein bisschen noch. Also dieser... Doch, ich will noch mehr sagen. Also dieser Exi wird dann auch in so eine Gruppe, also er muss sich dann halt beweisen und einer dieser Kingsmen werden. Und das gibt halt so ein krasses Auswahlverfahren, weswegen er mit anderen halt so konkurrenzmäßig zusammen in eine Gruppe geworfen wird und nur einer von ihnen schafft's. Zwei gegen einen Käfig, nur einer geht wieder raus. Jedenfalls... Gott. Weißt du, dass es ziemlich bitter ist, wenn man nur seine eigene Witze lachen muss? Ja, nee, wenn man nicht lachen muss, sondern... Wenn man nicht berührt ist und deswegen lachen muss. Das ist bitter. Jedenfalls... Gott sei Dank war das hier nicht der Fall. Oh Gott. So, weiter, weiter. Jedenfalls diese Gruppendynamik war genau wie bei Imitation Game, dass halt einer aus der Gruppe ergreift sofort am Anfang das Wort und du weißt, okay, das ist so der Gegenspieler. Und genauso wird es auch ein bisschen. Sie schrauben das Gott sei Dank zurück, dass diese Oh, wir sind die Gentleman und du bist nur so der... Außen und Öl. Der Swag-Typ. Und ja, also er läuft die ganze Zeit so rum. Und so Swag und ja, er ist der Gangster. Und ja, aber eines der Mädchen interessiert sich halt scheinbar für ihn und das hast du auch das Gefühl, das ist wahrscheinlich die Standard-Liebesgeschichte. Wird es nicht, er fügelt am Ende eine andere. Also das fand ich dann auch überraschend. Und ja, jedenfalls der Film wurde dann, hat mich total überrascht, weil er auf einmal einen ziemlich harten Ton auch angenommen hatte. Weil sie schlafen dann in so einem Zimmer, also so eine Gruppenunterkunft und die wird in der Nacht geflutet und sie müssen halt rauskommen. Und X schafft es dann auch, was? Kommen. Rauskommen, habe ich doch gesagt. Rauskommen. Ja, ich habe es ja betont. Lass mich. Mach ich dann. Jedenfalls, er schafft es dann halt, die zu befreien, nur hat dann, hier, wie heißt er? Oh, diese scheiß Namensdemenz bei mir immer. Xy? Nein, Schauspieler. Colin Firth. Mark Strong, der Typ mit der Glatze, ist das der? Was weiß ich. Ja, Mark Strong hieß er, glaube ich. Mark Strong spielt da den Bewerter, also den Ausbilder, genau. Den Bewerter? Ach so. Sie hat es eben nicht oft bewertet, den Ausbilder. Ja. So, und er sagt dann halt so, Xy, gut gemacht. Gerne wieder, top Ebay, ja. Jedenfalls bewertet er ihn halt, wird der Top-Auszeichnung. Ja. Und, also eigentlich nicht, also er, oh Mann, jetzt komme ich hier mal durcheinander. Er sagt ihm halt, ja, du hast das gut gemacht, aber wenn es nach mir geht, seid ihr alle durchgefallen, weil ihr habt Teamwork vergessen. Und ich habe kurz vorher gemerkt, da ist noch mittendrin, alle haben sich in eine sichere Umgebung gebracht, um halt Sauerstoff zu haben. Und ein Mädchen war noch mitten im Zimmer. Und ich dachte, erst, es wird so standardmäßig, dass er erst sie rettet, dann befreit er sie alle. Er hat sie alle befreit und hat das Mädchen drin vergessen, sie nicht weiter beachtet und sie ist halt einfach ertrunken. So, und dann dachte ich, wow, das ist krass, dass dieser Film auf einmal so hart wird. Und das fand ich gut, weil es so einen schönen Kontrast noch mit reingebracht hat zu dieser sonst sehr lockeren, lustigen Atmosphäre. Und dann die, also Spoiler ist ja eh, das ist ja Bescheid, keine Ahnung, scheißegal. Dann die Endprüfung, wenn du so willst. Also die Endaufgabe, um ein Kingsman zu werden, ihm wird am Anfang ein Hund zugewiesen, den sie die ganze Zeit trainieren müssen. Und die Endaufgabe ist, erschieß den Hund. Und dann dachte ich erst so, Exi bringt es halt nicht, schaffst du nicht, den Hund zu erschießen. Und dann dachte ich erst, der Twist ist jetzt, okay, das war die Aufgabe, du musst halt loyal gegenüber dem Hund sein. Nein, ist es nicht. Die Aufgabe war wirklich, den scheiß Hund zu erschießen. Und dann bist du der Kingsman, du musst halt die Befehle befolgen. Im Zweifelsfall halt. So, und dann geht er zu Colin Firth, der ihn halt zur Rede stellt, weil er es halt nicht geschafft hat, ein Kingsman zu werden. Und dann ist er dann rausgekickt worden, weil er seinen Köter nicht erschossen hat. Es war ein sehr süßer Köter. Und Mobs. Ah, Mobs, wirklich? Es war ein Mobs, ja. Das war dann auch halt der Witz, dass er dachte, es wäre eine Bulldogge. Der wird aber noch größer, oder? Nee. Oh, verdammt. Das war noch ganz okay. Und jedenfalls Colin Firth erklärt ihm das dann alles. Entschuldige, dass ich jetzt über den Tisch gespuckt habe im Reden. Jedenfalls Colin Firth erklärt ihm das dann alles, dass da drinnen nur Platzpatronen waren. Und dass sie den Hund gar nicht erschossen haben. Und er hatte seinen Hund halt ausgestopfter Colin Firth, weil der halt irgendwann gestorben ist. Und das Mädchen ist auch nicht gestorben, das war halt so eine Doppelagentin, die halt nur so eine Rolle gespielt hat. Und da dachte ich, moah, Leute, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ihr habt das so geil gemacht, dass ihr wirklich das auch mal hart gemacht habt. Der Film ist ja auch ab 16 bei uns. Und jetzt reißt ihr euch das, was ihr aufgebaut habt, im Arsch schon wieder ein. Und ich dachte, was ist das für eine konsequenzlose Kacke? Und die nächste Szene ist dann, fetter Spoiler-Alarm, wie Colin Firth in der Kirche ist, voll radikaler Hardcore-Christen. Also Schwuchte, Nigger und so die ganze Zeit und hier Klimawandel ist nur Verarsche und so und bla bla bla. Also richtig Hardcore. Und der Bösewicht Samuel L. Jackson hat eine, er heißt nicht Samuel L. Jackson, er heißt Valentine. Der hat so eine Maschine entwickelt, dass halt bei dir das Aggressionszentrum übersteuert wird. Und du dann komplett nur noch den Wunsch hast, irgendwen umzubringen. Also so ein bisschen Zombie-mäßig. Und er ist halt in dieser Kirche und dieses Ding wird aktiviert. Und dann bringen sich normale Menschen, also gut, christliche Fundamentalisten, okay, aber halbwegs normale Menschen, bringen sich dann einfach auf brutalste Art und Weise in dieser Kirche um. Und Colin Firth halt mittendrin und er schießt einfach irgendwelche Unschuldigen. Und das wird total hart. Und du bist da, was ist hier los? Es wird richtig heftig. Das waren alles Doppelagenten. Nee. Diesmal nicht. Und auch richtig heftig, richtig brutal halt irgendwen aufgespießt, irgendwie niedergespielt. gestochen, irgendwie zu Tode geprügelt. Und richtig krass, aber auch gut choreografiert werden. Und ich war da erst so geschockt, oh mein Gott, was bringen die hier jetzt? Aber am nächsten Moment war ich so, krass, dass die das bringen. Also das hat mich dann wieder reingeholt in den Film. Weil ich hatte halt diesen guten, also diesen Kontrast gut gefunden. Und ja, das war es. Das ist schon alle. Es ist wirklich, auch dann später gibt es noch so eine Szene mit Köpfen. Ich werde jetzt an der Stelle nicht so fahren. Mit Köpfen? Nee. Und nicht so Köpfen, sondern der Kopf. Also nicht Köpfen die Handlung, sondern Köpfe Mehrzahl vom Kopf. Und die ist so cool gemacht. Also von der Inszenierung, von der Idee her, so lustig auch. Also die war Hammer. Also der Film hat wirklich sehr viele schöne Ideen, die eine Eigenständigkeit mit reinbringen. Auch Samuel L. Jackson, Samuel L. Turned the Swag on. Das ist wirklich, also er lisplit ja in dem Film. Das hast du, glaube ich, schon mitbekommen durch den Trailer. Wo ich erst, ne, hast du den Trailer überhaupt nicht gesehen? Okay. Ich muss ehrlich sagen, der Film hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Es ist wirklich spaßig. Ich weiß nicht, ob dir Kick-Ass gefallen hat. Ja. Also so Mark Strong hat auch gesagt, dass... Der mit der Glatzo, oder? Ich hoffe, er heißt wirklich Max Strong. Ich weiß nicht, er heißt Max Strong, doch. Ich bin mir relativ sicher. Und yeah, der angehende Kinoexperte. So, jedenfalls, der hat auch gesagt, dass das wohl das wird für Agentenfilme, was Kick-Ass für Superheldenfilme war. Kick-Ass hat ja jetzt nicht wirklich einen Einfluss auf Superheldenfilme, würde ich sagen. Aber es ist eher so eine Richtung, ein bisschen, was Austin Powers versucht hat, halt Superheldenfilme so ins Lächerliche zu ziehen. Äh, Superheldenfilme. Agentenfilme. Ja. Aber halt auch auf einer ernsteren Ebene. Also nicht so diesen Spoof-Charakter. Ja. Und jedenfalls Samuel L. Jackson Lisbeth hat die ganze Zeit nicht was am Anfang. Warum Lisbeth er jetzt unbedingt? Ich habe dann spät erfahren, Samuel L. Jackson Lisbeth eigentlich wirklich. Also er hat sich halt krass abtrainiert für seine schauspielerische Karriere. Und hat dann den ersten Take aufgenommen mit so einem Lisbetheln. Und dann hat der Regisseur auch gesagt, was machst denn du da jetzt? Ja, eigentlich lispel ich halt. Und ich dachte, das wäre so, weil halt jeder Bond-Bösewicht irgendwie so eine kleine Behinderung hat. Dann dachte ich, das wäre halt meins. Und dann hat Matthew Warren gesagt, ja cool. Dann bringen wir das noch, bauen das noch so ein bisschen ein, dass das vielleicht sogar dein Antrieb war, ein Bösewicht zu werden und so. Und ja. Und Samuel L. Jackson ist wirklich so ein Milliardär, rennt mit Cappy aber rum, mit Sneakern, irgendwie immer legerere Kleidung. Lädt Colin Firth zum Essen ein, dann gibt es Happy Meal, also von McDonalds und so. Und der Typ ist total gut drauf, hat irgendwelche Sprüche immer die ganze Zeit. Und er kann kein Blut sehen, er kotzt dann, er mag töten nicht. Ja, okay, wir müssen jetzt ja nicht auf die Handlung eingehen. Nee, aber es ist wirklich, der Film bringt eine Eigenständigkeit mit rein, die ich nicht erwartet hätte. Er ist unterhaltsam und hat sogar auch noch eine politische Message. Politische Message. Die, die jetzt nicht aber krass ins Gesicht gedrückt wird. Sondern du kannst die halt mitnehmen, wenn es dich interessiert. Es geht ums Versagen der Politik, um auch diese, diese, das Billige ist uns gerade gut genug Generation. Halt, wenn uns was gratis angeboten wird, dann nehmen wir es. SIM-Karten, ne? Genau. Also SIM-Karten werden gratis angeboten. Alle natürlich, boah, gratis SIM-Karten und freies Internet, freie SMS. Scheiß auf die Konsequenzen. Egal, dass wir uns dafür abhängig machen oder so. Sowas ist halt auch noch mit drin. Auch Klimawandel wird immer wieder thematisiert. Mark Hamill hat übrigens eine kleine Nebenrolle. Oh. Wusste ich noch gar nicht. Oh Gott. Jetzt lache ich schon über deine schlechten Witzungen. Ja. What have we become? Bist du jetzt bei mir fertig? Ja, ich bin fertig. Hab alles gesagt. Unterhaltsamer Film. Gebt neulich. Hast du noch eine Wertung oder sowas? Das haben wir doch letztes Mal auch nicht gemacht. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt die Wertung wegleiten. Deine Wertung, gut. Hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen. Ja, war überraschend. Also es ist jetzt kein mega anspruchsvoller Film. Es ist mehr sowas mal für zwischendurch, wenn du drauf Lust hast. Ein bisschen Entertainment. Was mich auch überrascht hat, war der Film Sunshine, den ich geguckt habe. Da kommt der Gerhard Delling in dir zum Vorschein. Ich wusste das so. Das machen alle. Alle Leute müssen irgendwie sagen, der Markus Lanz. Wenigstens hast du nicht Markus Lanz gesagt. Aber ich glaube, Gerhard Delling kennt keiner. Also für Kontöüberleitung sollte das heißen. Genau. Sunshine. Ja. Schön. Ich bin dafür, dass wir das in nächster Zeit nicht mehr ansprechen, wenn wir... Möchtest du, dass unser... Video gebannt wird? Please 1000 let my sunshine go away. Englisch ist nicht so dein Ding. Wir machen mal weiter. Ja. Also ich bin jedenfalls dafür, dass wir zukünftig nicht mehr darüber reden, wenn Übergänge gelungen waren. Ich hasse das. Das machen alle. Lass uns das nicht mehr machen. Ja, wenn sie gelungen waren, sage ich auch nichts. Okay. Gut. Sunshine habe ich geguckt. Und ich wusste... Auf Ende. Du bringst immer so eine Kommentare, wenn ich hier irgendwas mache. Jetzt finde ich mal damit ab, dass ich das auch bringe. Das war eher nicht ich. Wo kommt das denn jetzt her? Ja. So. Also, wie gesagt. Sunshine. Verfluchte Kacke. Piep. Ich habe es weggepiept jetzt. So, weil über den Witz musst du zu lachen. So. Sunshine habe ich geguckt. Ne, weil ich jetzt was anderes gedacht habe. Kennst du das, was ja das so gut schon bei dir vor Total ist? Und du die ganze Zeit einfach nur Fotze sagt. Und sie bringen dann immer 10 Sekunden zu spät einen Piep oder so. Ja. Das ist ja lustig. Weil Stefan Raffi gesagt hat, jetzt hör auf damit. Wir müssen das wegpiepen alles. Und der Piep kommt halt immer zu spät. Das ist total cool gemacht. Ja, egal. Für mich hat es gereicht. Sunshine. Du hast Sunshine geguckt? Ich wusste, dass es eine der Inspirationsquellen auch war für Interstellar. Und ich hatte auch einige Erwartungen an den Film. Ich muss sagen, dass der Film mich trotzdem noch überraschen konnte. Also, dass ich ihn... Ich hatte ja zu dir erstmal gesagt, ich finde ihn eigentlich besser als Interstellar. Jetzt bin ich mir mittlerweile nicht mehr so ganz so sicher. Hast du mir immer gesagt, du findest ihn besser als Interstellar? Ja. Siehst du, habe ich dir zuhört? Das war per Skype, habe ich dir das geschrieben. Ah, okay. Ja, das erklärt da nichts. Jedenfalls, der Film hat einen richtig... Also, der geht nicht so wie Interstellar darauf, dass es eben im Weltraum keine Geräusche gibt, sondern du hast schon Geräusche. Aber diese Geräusche sind nicht so nervig eingesetzt, sondern es spielt oftmals in Raumanzügen, ist oftmals mit... Also, hast du Atmer oder was? Genau. Und so die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, hat mir aber gut gefallen, weil es irgendwie eine andere Art und Weise war, als bei den Standardsachen, dass man halt diese Mikrofone hat bei den Raumanzügen und dann reden die da halt und dann so... Also, es war irgendwie so ein bisschen experimentell. Was ist überhaupt die Handlung von dem Film? Also, worum geht es? Es geht... Es ist ein bisschen unrealistisch, aber gut. Es geht darum, dass die Sonne... Welche ist das nicht? Die Sonne stirbt. Die Sonne geht... Ach, und sie müssen es mit einer Atombama wieder zum... Genau. Ah, jetzt erinnere ich mich der Film. Okay. Es wäre... Das ist ein bisschen unrealistisch. Und zwar ist es so, dass es auf der Erde ganz kalt ist, was eigentlich Quatsch ist, denn wenn die Sonne stirbt, dann wird es erstmal richtig heiß. Also, das ist genau falsch. Ja, stimmt. Und danach explodiert sie. Fertig ist. Und dann ist alles weg. Ende aus mit dem Haus. So. Und die versuchen jedenfalls, diese Sonne wiederzubeleben. Mhm. Ich habe die Mausgekrieg jetzt. Jetzt gezündet, oder was? Ich habe versucht, ihn nicht wirken zu lassen, aber... Oh, Mann. Das sind die Bestmix, die so kleinen Schleifen zum Tier von unten ankommen. Ich bin schon echt fertig jetzt gerade. Von unten grenzt der durch. Ich nehme jetzt nämlich gerade die zweite Folge hintereinander auf. Wir haben uns gedacht, wir sind ein bisschen effektiv. Ja, wir haben vorher schon The Walking Dead aufgenommen. Genau, was ihr schon gehört habt, das ist jetzt quasi direkt... Hoffentlich gehört habt. Chronologisch direkt danach aufgenommen. Also, entschuldige dich auch, wenn die Zunge irgendwann ein bisschen schwer wird, weil wenn du anderthalb Stunden durchklaberst, ist es irgendwann einfach... Ja, gut. Die Gehirnbindungen sind auch rausgetrocknet. Jedenfalls Sunshine geht eben darum, dass sie da hinfliegen und es dreht sich darum, was mit der Crew passiert. Das ist nicht ganz so extrem wie bei Interstellar, dass sie eben dann so einen extrem langen Zeitraum da sind, aber sie fliegen schon ein paar... Die haben dann so Gruppendynamik mäßig, also... Ja, es geht dann... Ich habe da unten Familie, die ich retten muss. Es gibt einen, der hat Angst um seine Familie. Es gibt auch darum, dass irgendwann halt... Da geht was kaputt und man weiß, es könnte sein, dass wir sterben. Wer geht jetzt da raus? Wen brauchen wir am wenigsten? Echt? Ja. Das ist cool. Den Ingenieur brauchen wir für... Der muss das zünden und so. Also wirklich nicht einfach so, sondern von wegen... Ha, ich mache das jetzt. Sondern wirklich, wer ist am wichtigsten für die Mission? Richtig, genau. Und es gibt den... Es gibt wieder mal zwei, die aneinander geraten. Einmal den, der Scarecrow spielt, der heißt nämlich... Cillian oder Cillian Murphy. Genau, richtig. Und den, der Captain America spielt, der heißt... Chris Evans. Genau. Die beiden geraten aneinander. Der ist wieder da. Und ähm... Kennst du eigentlich Mark Strong? Der hat doch noch Glatze, oder? Ich wusste es nicht. Ich wollte es nicht bringen. Drittes Mal, ich bin jetzt nicht getraut. Ja, ist irgendwann ein bisschen blöd, aber gut. Jedenfalls, die beiden geraten aneinander. Und irgendwann wissen sie aber... Es geht darum, dass Cillian Murphy halt der Charakter... Ja. Eine Nachricht... Die geraten irgendwann in so einen Schatten von der Sonne. Wie auch immer, wenn man das dann nennt. Und sie können keine Nachrichten dann mehr senden, weil... Ja, das ist ja beim Mond auch. Genau, richtig. Wir haben ja um nur 13 geguckt. So, jetzt sendet er eine Nachricht und ist da eine Stunde drin. Und jetzt kann der andere seiner Familie nichts mehr schicken. Und ist darüber richtig sauer. Sie streiten sich, sie schlagen sich. Und irgendwann kommt es aber darauf an... Sie wollen jetzt... Also es gab noch eine erste Mission. Das ist die zweite Mission. Und irgendwann empfangen sie dieses Signal, so ähnlich wie bei Interstellar, dieses Hilfesignal. Und sie denken, okay, anscheinend sind die ja doch nicht gestorben. Oder wie bei Alien. Oder wie bei Alien, genau. Es ist kein Notrufsignal. Es ist ein Warnsignal. Jedenfalls entscheiden sie sich dann, okay, wir retten die jetzt. Und die Frage ist, wie entscheiden wir das, demokratisch oder was? Und dann kommt der Käpt'n und sagt, wir müssen denjenigen fragen, der am meisten Ahnung davon hat, der das ausrechnen kann. Nämlich der Ingenieur, Cillian Murphy. Und der sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kann jetzt einfach raten. Und dann sagt er, okay, gehen wir hin. Das ist dann keine so gute Idee. Dann ist der andere auf ihn wieder sauer. Und so geht es halt hin und her. Und irgendwann müssen sie halt dann auf diese Station. Da passieren dann ein paar spooky Dinge. Die will ich jetzt mal nicht spoilern, weil ich will, dass wir den Film machen. Es ist mit, hier, Scarejumps. Ein bisschen. Scarejumpscares. Ja, auch. Aber es ist, ja, doch, doch, einige Momente sind schon so. Okay. Da habe ich keinen Freund von. Es funktioniert aber auch vor allen Dingen über den soundtechnischen Weg. Die meiste Zeit, wo du nichts siehst, ist es viel gruseliger. Und ich muss wirklich sagen, es sieht, die Sachen, die sie zeigen, sehen einfach richtig geil aus. Das wollte ich nicht nämlich noch fragen, weil Danny Boy ist ja der Regisseur und der hat ja das Steckenpferd, dass er eben dieses Visuelle hat. Also das hat er bei jedem seiner Filme, dass er so einen visuellen richtig was reinhaut. Also das merkst du da auch besser schon, ja? Ich glaube, es war auch gut, dass er entschieden hat, dass er alles von einem Studio machen lässt, von den Special Effects her. Das hat dann eben auch ein Jahr gedauert. Das ging nicht so schnell. Das kannst du sonst von mehreren machen? Ja. Du hast dann richtig, die machen das. Oh, wie geil. Und er hat ein Jahr mit seinem Kumpan, ich weiß nicht, ich habe kein Namensgedächtnis, es ist einfach nicht existent bei mir. Ach du auch nicht? Ja. Jedenfalls, ein Jahr schreibt er das Drehbuch. Ich schreibe das nicht schon wieder an dem I'm Stronger. Dann ein Jahr Drehbuch, ein Jahr Pre-Production, dann sechs Monate, glaube ich, gedreht und dann noch ein Jahr nachproduziert. Also dreieinhalb Jahre oder was? Nee, insgesamt fast fünf Jahre, glaube ich. Und für diesen einen Film. Und er hat danach auch gesagt, er macht nicht mehr einen Science-Fiction-Film, weil es eben so viel war, was er machen musste. Aber die Entscheidungen, die er getroffen hat, waren, glaube ich, cool. Auch wenn man manche Storylines vielleicht nicht so mögen kann oder manche Twists oder so. Ist denn diese Gruppen-Dynamik, also scheinbar lebt die erste Hälfte des Films davon oder jedenfalls bis diese Horror eben im Ende kommt. Ist es denn wirklich gut gemacht, also dass du es abkaufst? Es ist sehr gut gespielt, man hätte bestimmt mehr rausholen können. Manche Dinge kommen ein bisschen zu kurz, manche Charaktere sterben einfach, die sind dann halt weg, also es wird nicht so ausgespielt. Aber manchmal machen sie halt auch Dinge, die du nicht erwartest. Der Schluss, muss ich wirklich sagen, da passiert dann was, was irgendwie so einerseits sehr berechenbar war. Du kannst das gerne spoilern hier. Nee, ich spoilere das nicht. Gut. Ich will nicht spoilern. Ich bin da ungezwungen. Gut. Jedenfalls passiert da was, aber dann ist der Schluss auch irgendwie so offen. Also ich kann ja mal spoilern, es wird jetzt... Nee, ich spoilere nicht. Doch, spoiler bitte, mich interessiert es. Also es hat ein Happy End. Aber das Happy End ist so, dass du denkst, hä, was ist da eigentlich passiert? War das jetzt echt oder was war das denn gerade? Weil die da so durchdrehen. Also die Sonne macht was mit denen, diese Strahlen. Die gucken in die Sonne und die haben halt so Sonnenschilde und die können die nur auf ein paar Prozent oder unter fünf Prozent oder was aufmachen, weil es einfach so eine krasse Strahlung ist. Und irgendwas an dieser Strahlung ist aber so, dass es die Leute fasziniert und die werden davon irgendwie... Hypnokröte oder was, wie bei Futurama. Die werden, die sagen, wir sind doch alles nur so Staub in der Galaxie und so. Und diese Crew, die hat sich umgebracht auf der anderen Station. Ah, okay. Und die haben noch einen Psychologen dabei, der die dann auch behandeln soll. Und der ist aber auch so fasziniert davon. Und der, dann stirbt irgendwann einer und er fragt ihn dann halt nicht so, wir sind alle bei dir und wir denken dann an die Sonne. Was siehst du? Was siehst du? Guck in die Sonne. Was siehst du? Was fühlst du? Und der stirbt dann auch irgendwann, entscheidet sich eben in die Sonne zu gucken. Das sind halt so coole Momente. Vor allen Dingen, weil es auch visuell so cool gemacht ist einfach. Du hast das Gefühl, jeder Shot ist einfach richtig schön anzugucken. Und ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich kann noch nicht so mit Abstand sagen, wie ich die Story finde. Ich müsste ihn mir nochmal angucken. Aber zumindest visuell war es ein stimulierend. Ja, kann man auf jeden Fall. Ja, kann man so sagen. Okay, das sozusagen kann man so sagen. Ein sehr guter Film, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob 8 oder 9 Punkte, aber irgendwie sowas würde ich dir geben. Ein sehr guter Film. Ja, ein sehr guter Film. Okay, schaue ich mir dann vielleicht mal an. Bei Gelegenheit. Obwohl, jetzt wurde ich gespoilert. Ich habe ihn mir bestellt auf Blu-Ray. Ich kann ihn dir ausleihen. Ah, das wäre so nicht schon. Ja. Vielen Dank. Denn ich kaufe natürlich Filme auch manchmal. Ja. Sehr gut. Ich nicht. Also er kauft. Ich guße dann einfach nur so. Gut. Du bist fertig? Ja, wir können zum nächsten Punkt kommen. Sehr gerne. The Man in the Highcast. Was niemandem was sagen wird. Ja. Weil es ist eine Amazon-eigene Serie. Weil Doppelpunkt-Satz. Schlecht, schlecht, mein lieber Freund. Was? Wir hatten beide Deutschleistungskurs, kann ich ja mal hier sagen. Und du hast einen Weil-Doppelpunkt-Satz gebildet. Ist dir das bewusst? Das interessiert mich, einen Doppelpunkt-Satz. Weil-Doppelpunkt-Satz. Jetzt bin ich doch... Hey. Mach jetzt weiter. Wie interessiert's? Ach, wir sind schon hier so ein bisschen neben der Spur. Nach Müde kommt bescheuert. So jedenfalls The Man in the Highcast. Wird es niemanden? Weil? Nein. Wird niemanden kennen? Weil? Es ist eine Amazon-eigene Serie. Also ihr könnt es nur gucken, wenn ihr halt Amazon Prime habt, was wir haben. Wir bezahlen Geld dafür. Ja. Und wir kriegen kein Geld von denen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ja, es gibt noch... Nein, wir zählen das jetzt nicht nochmal alles auf. Ihr habt The Walking Dead gesehen, ihr kennt den Gag. So, von daher fertig. So. Und The Man in the Highcast war... Also es war Teil dieser... Sie haben ja mehrere Pilotfolgen von Serien einfach nur gezeigt. Und ihr sagt, okay, ihr könnt jetzt die angucken und abstimmen. Und was euch gefällt, das produzieren wir dann richtig. The Man in the Highcast wurde ausgewählt. Hat gewonnen. Scheinbar genug Zuhörer bekommen. Und das klang von der Story, was da so angeboten wurde. Also von allen Pilotfolgen am interessantesten. Deswegen habe ich mir in einer müden Stunde gedacht, okay, den kannst du jetzt auch nochmal... Aber in UV? Ja. Auch die Nahversion. Vielen Dank für diese Übersetzung. Ich muss gerade selbst für mich übersetzen. UV? Ich habe UV verstanden. Achso. Das war ich gerade so. Aber ihr meint wahrscheinlich auch die Nahversion. Ja. Und überraschenderweise, ich habe alles verstanden. Hey. Ganz schön. Ja, weil ich hatte nach The Walking Dead so ein bisschen das Trauma, verstehst du jetzt kein Englisch mehr oder sprechen die einfach nur so scheiße? Sie sprechen so scheiße. Also ich habe... Man in the Highcast ging problemlos. Und jedenfalls ist zur Story, es ist eine Alternativversion, die 1962 Philip K. Dick heißt wirklich so. Es gibt übrigens bei der Biologie, gibt es das Ficksche Gesetz, habe ich es dir schon mal erzählt? Nein. Das Ficksche Gesetz? Ja. Von einem Herrn, der Fick mit Nachnamen hieß. Ah, okay. Gut. Das hatten wir auch in Geschichte mal in meinem Studium, ein Herrn Ficker. Ja? Ja, die Ficker... Irgendwas mit S-Kontroverse. War wirklich ein feststehender Begriff in der Geschichte. Die Ficker-S-Kontroverse. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ mit S hieß. Okay. Jedenfalls war er der Dick, heißt er. Und seine Tochter von dem Herrn Ficker war eine bekannte Bergsteigerin. Das ist auch nochmal so. Ja, Puppatero, Moa 2.0. Verschlagen wieder zu. Jedenfalls. Volle Möhre, sag ich nur. Jedenfalls, es ist 1962, hat er es geschrieben und es spielt auch im Jahr 1962 und zwar setzt sich mit der eigentlich altbekannten Frage auseinander, was passiert, wenn Amerika den Zweiten Weltkrieg verloren hätte. Und zwar wird der Kontinent aufgeteilt zwischen Japan, die an der Westküste sind, einen relativ kleinen Bereich nur haben. Dazwischen ist so eine neutrale Zone. Und dann kommt das Greater Third Reich oder so, wie es heißt. Third Reich? Ja, ich wollte es online. Groß Deutscher Reich. Ja, das Groß Dritte Reich oder so. Groß Deutschland. Keine Ahnung. Mit Adolf Hitler spielt der mit? Mit Neu-Berlin. Der spielt mit. Du siehst ihn wirklich, ohne Scheiß, 1962 noch mit seinen 73 Lenzen dann, die er auf dem Buckel hat und mit Glatze. So, und ihr könnt jetzt alle Glatzen, Neonazi-Witze euch selber ausdenken. Ich habe jetzt keinen Bock, die abzuarbeiten. Mark Strong. Gut, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Jedenfalls, ja, du siehst ihn dann wirklich und dann, das ist so die Grundstory auch, dass er, er leidet ja an Parkinson, auch in dieser Alternativversion und es geht dem Ende entgegen mit ihm. Und es, die Bevölkerung von, also man, man, man ist halt bei den einfachen Leuten größtenteils und die sagen dann halt, wahrscheinlich wird dann Himmler, also SS-Führer Himmler und hier Goebbels, der Propagandaminister, sich darum duellieren, wer jetzt die Position in der NSDAP von Hitler dann eben ausfüllt. Und um halt einen auf dicker Macker zu machen, werden sie wahrscheinlich eine Atombombe auf Japan abwerfen, also auf den Japan-Bereich von Amerika und da dann alle halt zubomben. So, und jedenfalls gehen sie davon aus, in dieser Pilotvolk. Und worum es eigentlich geht, ist, man ist bei einem Jungen, der eben von seinem Vater erzählt bekommen hat, wie das früher war in Amerika, halt so Land of the Free und jetzt eben auch davon besät ist scheinbar, dass wir müssen, also so ein bisschen patriotisch angehaucht ist, wir müssen jetzt wieder Amerika groß machen und deswegen schließt er sich halt den Widerstand an und muss eine Fracht in diese neutrale Zone bringen. Auf der anderen Kontinentsseite ist eine Frau, die sich halt mit dieser japanischen Art und Weise des Lebens scheinbar angefreundet hat. Also sie macht auch Hokkaido, keine Ahnung, ich wollte Hokkaido sagen, aber das ist so ein Kürz. Ne, irgendeine Kampfkunst macht sie halt und ist da scheinbar auch sehr gut drin. Und hat sich eben abgefunden damit, kommt gut mit denen klar, mit den Japanern und während andere Tendenzen halt noch so da sind in der Bevölkerung, dass sie sagen, wir müssen die noch irgendwie loswerden oder was die uns angetan haben. Und sie ist dann ganz gut mit klar zu kommen. Denn sie hat ja eh eine Kampfkunst. Genau. Und das wird wahrscheinlich nie wieder erwähnt werden in der Serie. Das hat sie bestimmt nur am Anfang so gebracht, von wegen, ja, sie ist da eben halt krass und so orientalisch unterwegs, klar. Asiatisch unterwegs, meine ich. Gut, dass du es erwähnt hast. Und ja, jedenfalls, die kriegt dann durch ihre Schwester, kommt sie in Kontakt mit einer Filmdose. Also das ist noch, die Technologie ist scheinbar noch so ein bisschen veraltet da in Amerika. Also diese technologische Entwicklung mit hier im Wirtschaftswunder und so hat offensichtlich nicht so stattgefunden. Also sie haben sich wirklich auch Gedanken gemacht über diese Auswirkungen, was es auch für langfristige Auswirkungen hat. Die Nazis haben auch krass viel in Fortbewegungstechnologie scheinbar investiert oder mehr darin eben und nicht so in Konsumgüter, weswegen du in zwei Stunden von New York nach Los Angeles fliegen kannst mit so einem Hochgeschwindigkeitsflugzeug. Und jedenfalls, die Frau kommt in Kontakt mit einer Filmdose, die beschriftet ist mit The Grasshopper lies heavy. Und guckt sich einen Film an, bei sich zu Hause, der dann Originalaufnahmen hat von der Potsdamer Konferenz, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo halt Stalin, Truman und Churchill sich getroffen haben und wo auch von einem bedeutenden Gebäude, ich weiß nicht mehr, welches es war, dieser Reichsadler und das Hakenkreuz weggebombt werden. Ja. Und du siehst halt ziemlich offensichtlich, dass scheinbar die Alliierten gewonnen haben den Krieg, wo du dich dann halt fragst, okay, warum ist dann Amerika besetzt von Japanern und von Nazis? Amerika. Amerika, ja, ich habe schon wieder mal eine Betonung im Entartet. Sorry, sorry, sorry. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Jedenfalls. Und du, diese Pilotfolge bringt einige wirklich interessante Sachen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt gespannt, was sie aus dieser Serie machen. Also es hat, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht in so einen Lost-Charakter abdriftet, dass sie das nicht zureichend beantworten, aber es wirkt auf jeden Fall erstmal interessant. Es endet auch mit einem ziemlich krassen Twist auch noch, es endet auch noch mit einem ziemlich krassen Twist, sprachlich bin ich jetzt gerade ein bisschen fertig, also es endet auch noch mit einem Twist, also bei mir ist es Interesse auf jeden Fall da, diese Serie weiterzugucken, ich finde es auch gut, dass sie jetzt produziert wird. Was ich mir noch so ein bisschen hoffe, ist vielleicht, dass sie sich auch mal mit dieser Nazi-Ideologie wirklich auseinandersetzen, weil das vermisse ich, weil ganz ehrlich, wir werden, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu politisch, aber wir werden in dieser Schulzeit so bombardiert mit diesem Thema wirklich und sobald du dann ins Erwachsenenleben kommst, merkst du in jedem Film, dass dieses Thema so ein bisschen mystifiziert wird und erst dadurch, glaube ich, wird so viel auch interessant und ich bin halt da mehr so auf Cerdas Mundschussseite, der dann halt sagt, wir müssen es entmystifizieren und werden die Öffentlichkeit tragen und offen diskutieren dieses Thema und diese Ideologie und ich fände es wirklich interessant, wenn sie das mal machen würden, es gibt auch eine Szene, die möchte ich kurz noch als Beispiel rauspicken, wo der Typ mit seinem Lastwagen unterwegs ist und er hat eine Panne und ein Polizist kommt an und dann auf einmal geht so ein Ascheregen auf die nieder und er fragt die dann, was ist denn das für ein Ascheregen? Well, it's Tuesday, so it's the hospital. The hospital? Yeah, yeah, Tuesday, they burn the cripples. Und du denkst dir also, what the fuck? Und sie gehen aber nicht weiter darauf ein, sondern einfach nur so, ja, die Verbrenner hat gerade die Behinderten. So, und ja, ich hoffe mal, sie vertiefen das noch ein bisschen mehr, dass sie sich wirklich auch vielleicht damit auseinandersetzen, was diese Ideologie auswirkt, auch über Jahrzehnte hinweg, vielleicht mit einer Gesellschaft. Ja, das interessiert mich auch total. Es ist auch sehr detailreich gemacht, sehr aufwendig gemacht, was bei so einer Serie ja auch nicht man unbedingt erwartet. Also da hast du den Times Square dann komplett zugehangen mit irgendwelchen Nazi-Sachen, du hast es auf der Golden Gate Bridge, ist so diese Kaiserflagge von Japan. Also es ist wirklich gut gemacht, auch das Setting wirkt alles realistisch. Rufus Seawall spielt mit, den wir bei The Illusionist als Synchronprinzen kennengelernt haben, den ich ja der sehr mochte. Hier ist er bisher noch so der Standard-Obernazi. Also ich hoffe mal, es wird noch ein bisschen mehr vielleicht mit ihm. Reden die auch deutsch oder? Ja. Ja, das ist doch schon mal ganz interessant. Haben auch scheinbar ein paar deutsche Sprecher dabei, das merkst du immer natürlich, wenn einer deutsch redet, der aber ein Amerikaner ist und hat diesen schweren Akzent hat. Ich möchte diesen Kuchen nicht kaufen. Ja, so ungefähr. Isst dein Schnitzel. Du hast nicht so keinen Nachtisch. Genau, Scraft. So, jedenfalls, aber es gibt scheinbar auch ein paar Deutsche dabei, die das akzentfrei hinkriegen. Also ich finde das total spannend, dieses Alternativ-Setting, ja. Ja, weil man einfach auch überlegt, wie wäre das eigentlich geworden. Natürlich wäre es schlimm geworden. Ja, das ist keine Frage. Ich meine, die Brenner einfach mal krüppelt. Also sorry. Und sie steigt dann auch, also sie muss ja auch in diese neutrale Zone und diesen Film in Sicherheit bringen. Er muss auch eine Fracht bringen, ist dann auch dieser Film. Und sie steigt dann auch in den Bus ein, wo dann Menschen sind, die unter Down-Syndrom leiden. Kann man das sagen? Leiden die eigentlich? Die leiden doch nicht, oder? Also ich weiß es nicht. Ja, die das haben. Ja, die das haben. Die gehen, die... Ich meine, das sind ja auch Menschen, die... Ja, politische Direktheit ist ganz schön. Wenn man die richtig fördert, können sie auch normal am Leben teilnehmen wie jeder andere auch. Ja, also ihr wisst, was wir meinen. Ja, also Menschen, die Down-Syndrom haben. Ja. Und du bist so froh in diesem Moment, oder ich war so froh, dass die auf der Japan-Seite sind in dem Bus. Und nicht auf der Nazi-Seite, weil da wären die sofort tot gewesen. Und Japan ist da halt noch ein bisschen liberaler unterwegs. Und ja, also der Film, ja der Film, diese Pilotfolge hat wirklich das Potenzial aufblitzen lassen, dass sie das, also weil es ja scheinbar auf dieser Vorlage basiert, dass sie sich wirklich Gedanken gemacht hat, was hat das für Auswirkungen, diese Alternativ-Version. Cool, ja. Habe ich noch gar nicht von gehört, wie du sagtest. Also ich kann es jedem empfehlen. Also gut, man müsste sich wahrscheinlich Amazon Prime holen, aber ja, wahrscheinlich gibt es das irgendwann auch mal so zu holen. Auf die VD, klar. Ich glaube nicht, dass Amazon das so der Verschluss halten wird, wenn es... Dann noch ein bisschen warten, ansonsten... Ja, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufen, also wenn es die Serie bei Amazon gibt, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ist übrigens produziert von Ridley Scott. Hm. Wusste ich noch gar nicht. Okay, gut. Soviel zu The Man and the High Castle. Ja, ich habe ehrlich gesagt... Christian, übernehmen Sie. Ja, wir haben uns noch gedacht, ich muss auch noch was erzählen, damit es ein bisschen ausgeglichen ist, nämlich Collateral habe ich geguckt. War nicht so schlimm, wie ich dachte, denn ich kann Tom Cruise eigentlich nicht ausstehen. Und ich muss sagen, um es mal kurz da noch in diese Richtung zu debattieren. Ich finde, bei Tom Cruise kann ich es noch gut ausklammern, was er halt privat macht. Bei Will Smith nicht, oder was? Will Smith, ja, doch auch. Aber wobei mit After Earth hat er sich schon ziemlich ins Abseits geschossen. Und John Travolta? John Travolta, nee, weil er mir schauspielerisch nicht gefällt. Also Tom Cruise besticht durch Leistung. Aber bei wem ich es zum Beispiel gar nicht ausklammern kann, ist Mel Gibson. Ja, okay. Also wahrscheinlich kommt es dadurch, dass ich Tom Cruise erst als Schauspieler kennengelernt habe und danach erfahren habe, oh, der ist übrigens bei Scientology. Bei John Travolta war es eher anders, da habe ich ihn erst so als Scientologen kennengelernt und dann als Schauspieler. Und bei Mel Gibson, genau, da habe ich auch erst mitbekommen, dass er halt diese antisemitischen Aussagen tätigt und danach erst seine Arzt ein bisschen gesehen. Ich wollte es für die Zuschauer. Ja, ja, die sind dumm, genau. Ja, ich wollte es nicht so offen sagen. Ja, also. Wer auch immer das jetzt hört, ihr seid dumm. Wie gesagt, noch ein anderer Punkt, Michael Mann-Film. Echt? Das wusste ich gar nicht mehr. Also vielleicht hat sich auch große Kacke. Nee, kann sehr gut sein, ja, Michael Mann. Wenn du ja durch, seit Heat sehr, sehr ins Herz geschlossen hast. Ich weiß auch nicht, also du findest Heat gut, ich habe nur gutes über Heat gehört. Ich fand den so scheiße, also nicht so scheiße, aber die Musik fand ich blöd, der hat mich einfach nur genervt, der war mir zu lang. Ja, er ist zu lang. Also, ich fand, der war schon gut. Mich hat auch dieses Robert De Niro und, wie heißt der andere? Al Pacino. Genau, spielen gegeneinander und die sind beide so eine Riesen im Geschäft und sind beide so super. Fand ich nicht so doll. Ich fand es halt cool, dass wir ihre Rollen vertauschen werden, aber wir sollten jetzt nicht so viel über Heat reden. Gut, also, jedenfalls, Michael Mann hat mich nie so da gelockt, dass ich jetzt alles von ihm gucken muss. Ja, er scheint ja auch weg vom Fenster zu sein inzwischen. Mit seinem Black Hat, glaube ich. Ja, genau. Er hat ja nicht so ungelegend gelockt. Hier war der Film gut, kann ich schon vorab sagen. Tom Cruise hat super gespielt. Jamie Foxx hat gut gespielt. Und der Film hat die ganze Zeit auch getragen. Ich fand es einfach spannend. Es geht ja darum, dass es den Taxifahrer gibt. Natürlich muss das, was er am Anfang erlebt, dann irgendwie am Schluss nochmal aufgegriffen werden. Das ist ja logisch. Das kennt man ja schon. Aber trotzdem ist er irgendwie so ein Charakter, der sehr idealistisch ist, dem ich das aber abkaufe. Also, ich konnte mich darauf einlassen, dass er so ein Idealist ist, dass er glaubt, ja, die Menschen, ich schaffe das alles, ich haue mich da durch, ich bin einfach immer freundlich, ich bin gut zu den Menschen und das wird schon zurückkommen. Und der hat sich in seinem... Also ein bisschen diese Karma-Schiene. Ja. Kennst du den Film noch nicht? Doch, ich habe ihn mal gesehen, aber es ist schon Ewigkeiten. Okay. Ja, jedenfalls, nicht Karma unbedingt, aber er ist einfach nett. Du glaubst ihm, dass er nett ist, dass er keine Hintergedanken hat dabei. Und dann steigt eben Tom Cruise ein und Tom Cruise ist total... Schön mit seinem gebleichten Schweigsteiger-Hahn. Ich fand, das sah einfach nicht so echt aus. Keine Ahnung. Ja, aber ich fand es einfach... Das sieht dann häufig nicht so echt aus. Ja, aber zum Beispiel hier ein McKellen hier bei... mit seinem Bart und den Haaren und so. Ihn aber. Ihn? Ja, ich kann das immer nicht auseinanderhalten. Ihn. Ian McKellen. Gandalf. Sir. Sir Ian McKellen. Genau. So die Zeit muss sein. Sir McKellen. Der hat zum Beispiel gut gemachte Haare gehabt. Dem habe ich geglaubt, dass er wirklich... Aber der hat auch... Na, egal. Ist doch vollkommen unwichtig. Ich merke schon, du wirst nicht ganz unbedingt viel über diesen Film reden. Nee. Also ich... Also was... Soll ich dann kurz mal anfangen? Weil ich hatte ihn ja schon vor Ewigkeiten mal gesehen. Ja, erzähl mal. Und was ich dann noch im Nachhinein immer so gehört habe, das sind viele Anpreisen, weil er halt diesen Konflikt hat zwischen den beiden und dass das so gut vorgetragen sein soll. Was mir im Gedächtnis nur noch blieb, ist, dass ich das Ende total scheiße fand, weil das war dann halt so ein bisschen Action geladen und so dramatic conclusion eben. Und das weiß ich noch, das kam mir total übertrieben vor in dem Moment. Aber sonst, dieser ganze Konflikt zwischen Tom Cruise und Jamie Foxx, alles raus aus dem Gedächtnis. Nichts hängen geblieben bei mir. Null. Ja, es geht eben darum, dass Tom Cruise ein Auftragskiller ist und der muss jetzt sieben Leute oder so umbringen. In dieser einen Nacht. Genau. Und Jamie Foxx soll ihn von einem Ding zum anderen fahren. Er will natürlich nicht, dann macht er es trotzdem, weil er bedroht wird und weil er gesagt hat, ja, ich bring deine Mutter um, wenn du es nicht machst. Und dann, ja, also die waren noch kurz bei der Mutter, weil die Mutter eben, also, ne, also der Taxifahrer hat halt gesagt, ey, schwing deinen Arsch hierher. Und ich habe gehört, du hattest einen Unfall, denn da ist ein Opfer auf das Dach gefallen, kaputt. Und dann, ja, hatte ich. Und dann sagt er, ich, du musst das alles selber bezahlen. Und dann gibt sich halt Tom Cruise als Staatsanwalt aus und sagt, was die da machen, ist nicht rechtens, sie haben eine Versicherung und so. Und dann sagt ihm, du bist ein Arsch. Und dann, du bist ein Arsch. Und dann denkt er sich, ach man, warum habe ich das jetzt gesagt? Aber er kommt irgendwie nicht raus aus der Nummer, der Jamie Foxx. Und die verstehen sich auch irgendwie so, die sind ja beide nicht blöd. Und Tom Cruise ist auch irgendwie sympathisch auf seine Art und Weise. Er sagt ja, ich bring die Leute um, das ist mein Beruf, ich kenne die nicht. Aber warum, du kannst doch nicht einfach Leute umbringen, du die nicht kannst, warum denn nicht? Also, das interessiert mich einfach. Also er spielt halt so dieses kalte Arschloch, aber er bringt es überzeugend drüber. Genau, richtig. Und das ist das Problem bei Tom Cruise, er ist ja ein guter Schauspieler. Und vielleicht ist er das kalte Arschloch. Ja, wahrscheinlich. Da hast du Rain Man gesehen. Ganz großes Kino. Sehr herzergreifend. Ja. Vor allem Tom Cruise. Nein. Ja, aber Collateral, also hat dir gut gefallen am Ende des Tages? Es gibt ein paar Punkte, die Charakterwandlung, die Jamie Foxx gemacht hat, war manchmal so ein bisschen forciert. Dann sollte er zum Beispiel reingehen. Tom Cruise wollte nicht erkannt werden. Er musste, die haben beide sich gekappelt, da ging was kaputt. Waren die irgendwann noch in so einem Jazzclub oder sowas? Genau, richtig. Ah, jetzt kommt die Erinnerung wieder. Genau. Und Jamie Foxx sagt halt, du sollst aufhören damit, mach ihm sein Laptop kaputt. Dann weiß er eben nicht mehr, scheiße, wo muss der jetzt hin? Wir müssen uns jetzt die Informationen nochmal holen. Und zwar nicht ich gehe da rein, damit ich nicht erkannt wäre, sondern du gehst da rein. Und dann geht er eben rein und die Leute machen so... Was heißt denn die Informationen holen? Wer... Tom Cruise hat doch seinen Auftraggeber, oder nicht? Ja, der hat auf seinem Laptop oder auf seinem Tablet, hat er die Information, wo er hin muss. Wer das ist, wo er hin muss, wo er den findet. Wo der gerade ist wahrscheinlich auch. Von wem soll Jamie Foxx dann die Informationen nochmal holen? Die Informationen gibt es anscheinend auf irgendeinem anderen Rechner, die kann er per USB-Stick holen. Ah, okay, gut. So, die soll er dann abholen. Und dann geht er eben da rein und man merkt so, er ist total unsicher und die Leute gucken ihn halt komisch an. Was will der denn jetzt? Und dann gibt er sich so als der Typ aus und er sagt, ich könnte dich jetzt einfach umlegen und bla bla bla. Und dann nimmt Jamie Foxx so die Brille ab. Er trägt natürlich eine Brille, damit er so ein bisschen nerdiger ist. Vielleicht von Ray noch übrig geblieben. Genau. Legt sie weg und sagt dann so, kannst du bitte deinem Lakaien sagen, er soll die Hand von der Waffe nehmen. Und dann tut er so auf ganz cool und hinter ihm passiert das. Und dann sagt er so, ja jetzt mach mal, ich hab mir hier den Arsch aufgerissen und bla 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 bla. Und dann glauben sie ihm und er ist halt voll der Badass, er es schafft das rüber zu bringen. Das fand ich irgendwie, aber ansonsten... Das ist dann so ein Fremdstehen, würde ich jetzt, also wo es du erzählt hast. Ich weiß nicht, wie die Szene gewirkt hat bei mir, aber wo du es jetzt erzählst, wirkst für mich wie ein Fremdstehen. Es ist einfach nicht realistisch. Warum hat er plötzlich diese abgeklärtheit? Warum kann der das anders? Ich kann es akzeptieren, aber ich fand es nicht so realistisch. Ich fände es cooler, wenn er da irgendwie auf so eine unsichere Art rausgekommen wäre. Weil der hat sowas offensichtlich noch nie gemacht, wie soll er denn das jetzt hernehmen? Und es ist nicht jeder ein Schauspieler, also nicht jeder Taxifahrer. Wobei viele Taxifahrer sind gestaltete Schauspieler. Wusstest du übrigens, dass Robert De Niro für Taxi Driver... Taxi Driver, ja, ja, Method Actor und so. Genau, richtig. Ja, jedenfalls das Ende, was du auch sagtest... Was hältst du eigentlich von Method Acting? Mal kurz noch ein bisschen nebenbei. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon wieder auf? Das ist jetzt 48 Minuten, aber wir haben ja auch viel. Na gut. Das ist schon bei Film Nummer 4, also von daher 12 Minuten. Ja, Method Acting. Weil ich finde, das fand ich nämlich bei Birdman ist mir das aufgefallen, weil Albert Martin ist ja genauso drauf gewesen, dass er das immer möglichst realistisch haben muss. Wo ich mich gefragt habe, was ist dann noch die Kunst zu Schauspielern, wenn du richtig Angst in dem Moment empfindest oder wirklich Trauer? Die Kunst ist doch eigentlich, dass du aus dem Stand das vortäuschen kannst, dass andere Menschen dir das abnehmen. Das ist die Frage. Also das finde ich halt bei Method Acting irgendwie so komisch. Naja, also... Es wirkt dann vielleicht im Endergebnis besser, okay, weil du mehr diese Situation durchgemacht hast und es halt echte Emotionen sind. Ja, aber... Es ist dann halt... Die Schauspielkunst, also diese Qualität irgendwo, ist es nicht mehr ganz schauspielend. Naja, dann siehst du wahrscheinlich das Schauspielen eher als was, wo man sich verstellen muss. Ohne wirklich derjenige zu werden. Aber die meisten... Das ist die Kunst dahinter, würde ich sagen. Dass du halt wirklich etwas überzeugend vortäuschen kannst, was du noch nie so durchgemacht hast. Und viele Schauspieler sagen auch, dass es so ist, dass sie eben beim Schauspielern aber nach was suchen, was in ihnen drin ist. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, ja. Du musst es, wenn du irgendwas fühlen willst, wenn du irgendwas zeigen willst, musst du es fühlen, meine ich. Also wenn du weinen willst, dann musst du dich irgendwie zum Weinen bringen. Und manche kriegen es eben, indem sie wirklich traurig werden und andere haben andere Tricks. Aber die richtig... Ist halt nur Sache, musst du wissen, wie du es machen willst. Eine Definitionsfrage, ja. Weil ich stelle mir eben das sehr viel schwieriger vor, weil du eben diese Erfahrung nicht gemacht hast, das aus dem Stand, aus der Lameng einfach so zu machen und es dann überzeugen. Du kennst doch diese Szene in Herr der Ringe, Achtung, Spoiler, wo im ersten... Herr der Ringe? Ja, komm, aber wo Elijah Wood sich umdreht, weil Gandalf gerade gestorben ist, wo er weint. Peter Jackson, wie gesagt, du musst das wirklich so machen. Ja, und dann hat ihn eine Moderatorin in einem Interview, was ich gehört habe, gefragt, wie hast du es gemacht? Also hast du irgendwas Trauriges erlebt? Und dann, nö, also ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe es einfach gemacht. Ja, und die Szene war gut. Sorry. Also es kommt halt auf den Typ Menschen an. Und wenn manche Leute glauben, sie müssen es so machen, auch, ich glaube, Christian Bale macht es auch in großem Maße, natürlich körperlich, aber es gibt viele berühmte Schauspieler, die es auf dieser Seite... Oder Firth auch für Kingsman. Ja, gut, es muss halt die körperliche Statur... Ist halt die Frage, was ist dann Method Acting? Wenn jemand so aussehen soll wie trainiert, dann kann er auch gleich trainieren. Ja, eben. Aber es geht ja auch um das psychische, mentale und da ist es einfach eine... Es gibt ja nicht umsonst verschiedene Schauspielschulen und das ist eben eine davon und kann man gut finden, kann man blöd finden. Manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben. Ich bin dann am Ende Konsument. Für mich zieht das Ergebnis und wenn es einer mit Memphis Acting nur gut hinkriegt oder einer ohne, ist es mir auch okay. Ja. Aber es ist mir okay, ja. Es ist mir auch recht. Finde ich so okay. Es ist mir okay und ich finde es recht. Jedenfalls. Aber ich finde es halt von einem außenstehenden Standpunkt her schon beeindruckender, wenn es einfach wirklich einer aus dem Stand hinkriegt. Ich habe auch letztens einen wirklich beeindruckenden Artikel gelesen, wo jemand meinte, dass der... Wie heißt der? Eddie Redmayne oder so? Hab ich auch nie gehört. Der hier Stephen Hawking gespielt hat und dafür den Oscar bekommen hat. Achso, okay. Und der meinte dann halt, da hat der Falsche den Oscar bekommen, weil jemand anderen zu spielen, den es wirklich schon gibt, ist mit einer der einfachsten Fingerübungen für einen Schauspieler. Imitation sozusagen. Genau. Imitation Game, yeah. Weil du halt wirklich was hast, woran du dich orientieren kannst und du musst einfach nur diese Sachen dir aneignen und es soll wohl relativ einfach sein. Naja, ja gut. Ist anders, als wenn man eine Figur komplett neu erschaffen soll. Ja, und der was Eigenes mitgeben muss, dass es glaubwürdig wird. Ja, ist halt die Frage, der hat es wahrscheinlich... Also ich habe den Film nicht gesehen, ich kenne den Schauspieler nicht, aber ich finde, es ist trotzdem eine krasse Leistung, wenn du eine Rolle verkörperst, die es schon gibt, die aber vielleicht von dir ganz weit weg ist. Und wenn du eine Rolle neu kreierst, wirst du ja auf die Rolle auch gecastet. Natürlich, du wirst immer gecastet, aber wenn du darauf passt, dann wirst du genommen. Das heißt, du musst dich gar nicht mehr so stark verstellen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Naja, das wäre so die Sache, jetzt kämen wir nochmal auf... Soll ich nochmal auf Collateral und das Ende eingehen oder wollen wir es einfach so offen stehen lassen? Guckt es euch an. Du kannst auch aufs Ende eingehen, ob es dir halt so... Also wie gesagt, ich habe es nur noch im Kopf, dass es ein bisschen zu übertrieben forciert actionmäßig dann war. Vielleicht, weil die Stimmung vorher nicht so aufgebaut war, keine Ahnung. Naja, es ging eben darum, soll ich es dir nochmal... Es war halt so ein großer Showdown, irgendwie in einem Hochhausgebäude, in einem Bürokomplex oder so. Am Anfang des Filmes... Jamie Foxx, genau, in Jamie Foxx. Und irgendeine Frau hat einen Schleppchen oder so. Ja, lass mich doch mal erzählen. Ja, Entschuldigung. Jedenfalls, Jamie Foxx trifft am Anfang in seinem Taxi eine Frau, der gibt da ein Bild mit von seiner Insel, von der er träumt, und sagt, sie brauchen das dringend. Sie ist Staatsanwältin, hat gerade einen schwierigen Fall. Am Schluss kommt natürlich raus, diese Staatsanwältin soll umgebracht werden. Jamie Foxx hat den Taxifahrer gefahren. Ist schon wieder sowas, wo man denkt... Jamie Foxx hat den Taxifahrer gefahren? Nicht schlecht. Nee, Jamie Foxx hat... Am Schluss ist so wirklich keinen Taxifahrer. Riesen-Twist am Ende. Ja, jedenfalls... Das ist aber richtig clever, wenn du als Taxifahrer der Mörder bist und dich von einem anderen Taxifahrer fahren lässt, oder? Da kommt niemand auf dich, die suchen erst den anderen Taxifahrer. Mir ist gerade in diesem Moment aufgefallen, dass wir beide sehr oft jedenfalls sagen, wenn wir wieder einsteigen. Jedenfalls. Wir haben immer so ein paar Wörter, ja. Kommt damit, klar. Schreibe mich nicht so an. Es läuft darauf hinaus, dass Jamie Foxx dann diese Staatsanwältin retten muss und am Ende stirbt der Auftragskiller. Wie sollte das anders sein? Und dann am Anfang ist es so, dass Tom Cruise sagt, es ist nicht seltsam irgendwie. Ich habe gehört, da ist ein Mann in der U-Bahn gestorben und er konnte noch viermal rumfahren und niemand hat es gemerkt. Und am Ende stirbt er in der U-Bahn. Niemand merkt es. So. Denkst du so, oh, wie düster. Wie düster nicht. Ja. Aber es ist halt einfach unstandardmäßig irgendwie. Aber Sie haben sich noch ein paar Gedanken gemacht. Dieses Verknüpfen, dass es nicht einfach nur so, hey, ist tot. Es ist ein guter Film, den würde ich nicht mit neun bewerten, vielleicht mit acht, vielleicht mit sieben, so. Klang jetzt auch eher nach sieben bei dir. Ja. Es ist auch einfach eine Typsache, wenn mir Tom Cruise nicht zusagt, als Mensch, wenn ich das nicht so ausklammern kann, dann ist es halt schwer für den Film, dass er mir gefällt. Ja, kann ich verstehen. Die Musik war okay. Weiter. So, nach fast einer Stunde kommen wir dann zum vorletzten Ding. Ja, du wolltest mir nämlich... Zum vorletzten, oh Gott. Das wird langsam viel, ne? Wie gesagt, ihr könnt ja skippen. Einfach, ist okay. Oder ihr macht Pause. Das finde ich auch jetzt cool bei YouTube. Wenn du jetzt ein Video abbrichst, dann startest du, wenn du nochmal einsteigst, genau an dem Zeitpunkt. Cookies und so. Mach mal jetzt hin, ich will nach Hause. So, letztes Ding, Babel. Äh, vorletztes Ding, Entschuldigung. Können wir Babel vielleicht bitte aufs nächste Mal verschieben? Bitte. Gut, wir verschieben Babel aufs nächste Mal. Ich habe keinen Bock auf Babel. Ich will jetzt das andere wissen. Du hast nämlich daraus ein Geheimnis gemacht. Ja, Big Surprise. Ich habe eine Serie angefangen zu gucken. Breaking Bad. Auf Amazon. Die du vielleicht in deiner Kindheit auch schon gesehen hast. Digi-Bone. Wirklich? Ja. Ich habe jetzt wirklich nochmal angefangen, die erste Staffel Digi-Bone zu gucken. Allein für diesen Gesichtsausdruck war es das jetzt wert. Weil, das habe ich nämlich erst danach erfahren, die bringen jetzt nochmal eine neue Staffel raus in diesem Jahr. Ohne Scheiß. Toll. Und zwar wirklich von der ersten Staffel, die, hast du es überhaupt geguckt damals? Nein. Echt nicht? Nein, interessiert mich nicht. Ich fand Pokémon cooler und Digi-Bone... Was? Du fandest Pokémon? Pokémon war deine letzte Rotz. Also das Spiel war geiler. Ja, eben. Für mich gab es halt das Spiel und dann gab es die Serie dazu, weil das Spiel cool war, weil die Serie auch cool. Und ich fand das blöd mit dem Digi-Tier zu... Argo-Mon wird zu... Grey-Mon oder was. Hey, du kennst das doch noch. Ja, das war halt auch das... Cool, okay. Dann arbeite ich es jetzt einfach nur schnell ab. Gute Serie. Das wäre jetzt eh nicht... Ja, ich hatte am Anfang glücklich, als ich den Titel-Song gehört habe, ohne Scheiße, ich hatte Gänsehaut. Weil jetzt inzwischen überspringe ich den Titel-Song auch schon... Nicht, weil er scheiße ist. Nein, nicht, weil er scheiße ist. Aber jeder Titel-Song geht irgendwann auf die Eier. Auch bei Dexter oder hier Game of Thrones. Geile Titel-Songs, aber bei Dexter war der Titel-Song noch das Beste an der Serie. Aber jedenfalls, irgendwann überspringst du es einfach, weil du es kennst. Ich glaube, nur bei One Piece würde ich den nie überspringen. Jedenfalls und... Jedenfalls. Jedenfalls. Pura Nostalgie. Viele Namen waren auch noch bei mir verfügbar. Also ich hatte wirklich viele Namen noch parat. Sowohl von den Figuren, also von den Menschen, als auch von den Digimons. Wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen unheimlich, dass du es immer noch weißt. Aber es hat scheinbar wirklich so einen Eindruck. Ich kenne ja auch noch die ersten 150 Pokémon. Das vergisst man einfach nicht. Ich kenne die mal wirklich alle auswendig. Also wirklich von 1 bis 50 durch. Was war das erste? In der Reihenfolge. Bizarra. Ja, sehr gut. Bizar Knoss, Bizar Flora. Lassen wir das an einer anderen Stelle. Ja, das ist Standard. Sorry. Das sollte man parat haben. Allein, falls du mal beim Günther auf dem Stuhl sitzt. Ordnen Sie alle 150 Pokémon in der richtigen Reihenfolge. Du hast nur vier Felder zur Auswahl. Viel Spaß. Ja, wir haben es nicht geschafft. Tut mir leid. So, jedenfalls... Warte, ich kriege es nicht mehr raus. Wie dem auch sei, es war ein guter Einstieg in die Serie, weil es ist eine Kinderserie, keine Frage. Es ist für ein junges Publikum gemacht. Das merkst du. Aber die Gruppendynamiken waren wirklich interessant. Du hattest unterschiedliche Charaktere. Du hattest ein bisschen Stereotyp teilweise, aber sie entwickeln sich auch. Diese Pokémon... Auch jeder ein Charakter. Die setzen sich unterschiedlich damit auseinander. Manche sind sofort mit ihren Digimon Best Friends. Andere sind so, lass mich doch in Ruhe. Was will ich mit dir spielen? Ihr wurde teilweise auch richtig düster, die Serie, oder? Ja, komm mal so. Gibt es nicht auch Dark irgendwas, wenn wir zu bösen werden? Die Themen sind... Also die Themen fand ich halt immer gut. Es sind auch wirklich noch ein paar Figurenentwicklungen. Also in der zweiten Staffel gibt es Black War Grammon, der von Bösen einfach aus dem Nichts erschaffen wird. Und der dann eine totale Sinnkrise hat und halt seine ganze Existenz hinterfragt. Wo ich jetzt im Rückblick immer noch sage, wow, das ist schon ziemlich krass, so was in eine Kinderserie mit reinzubringen. In der dritten Staffel hatten sie dann eins, das eigentlich so mal so ein bisschen, ja, chaotic, neutraler, also immer so ein bisschen zwischen den Seiten, aber dann von den Bösen halt die Möglichkeit bekommen hat, richtig mächtig zu werden, das dann angenommen hat, ein gutes Digimon umgebracht hat und dann in eine Sinnkrise kam, weil es jetzt böse geworden ist und dann zu den Guten übergelaufen ist. Also es hatte schon teilweise gute Themen und es hat auch hier gute Themen. Eben dieses Gruppendynamiken, sich damit auseinandersetzen, dass sie jetzt in einer fremden Welt sind, dass sie diese Gesetze erkunden müssen. Du merkst auch richtig, wie es halt auf Kinder zugeschnitten ist, dass sie zwischenzeitlich durchrechnen, wie sie ihre Rationen einteilen sollen und dann lassen sie richtig Pausen zwischen den einzelnen Rechenschritten, und das quasi als, wie so Laura will, Explorer, wie ich das als Kind selber mitrechnen kannst. Oder auch eine Sequenz, wo sie dann wieder in ihrer Welt sind und dann eine Karte für die U-Bahn ziehen. Was machst du da? Ich ziehe eine Karte für die U-Bahn. Und dann so wirklich drei Sekunden auf dieses Ticket drauf, das so... Muss man machen. Genau, ihr müsst ein Ticket ziehen, sonst können die nicht mehr mit der U-Bahn. Und später ist es auch, wir haben kein Geld, wir können nicht mehr mit der U-Bahn fahren. Heute jedes Kind sagt, ich spreche da einfach über den dreckigen Schrank und fahre trotzdem mit. Und ja, jedenfalls... Ich jedes Kind so mache einfach. Egal, ob es dreist oder so. Jedenfalls. Inzwischen fällt mir aber auf... Jedenfalls. Der Böse ist so vampirmäßig angelehnt und saugt dann auch Menschen aus, was so ein bisschen... Ja, warum saugt ein Digimon jetzt auf einmal Menschen... Ja, aber so ein Creepy-Kram gab es ja auch bei Pokémon. Ja, aber jedenfalls... Der ist so richtig Bond-Willen-mäßig drauf, dass er irgendwie seinen Plan im Hinterkopf hat und er könnte jetzt einen von denen locker umbringen, oder dessen Digimon, aber nö, er macht jetzt erst mal seinen Plan und geht halt weg und sagt so, ja, ja, um dich kümmere ich mich später. Das ist richtig schlecht. So, das war... Ja. Jetzt gerade bin ich bei dem... Also die dritte Staffel, äh, die erste Staffel ist unterteilt in drei Phasen. Ich dachte schon drei. Es gibt drei Staffeln, aber ich habe sie noch nicht geguckt. Jedenfalls, die erste Staffel ist unterteilt in drei Phasen. Sie haben halt... Also sie digitieren ja immer von Champion Level auf Ultra und dann auf Mega. So, und erst haben sie einen Bösen, der Champion ist, dann haben sie einen Bösen, der Ultra ist und jetzt haben sie vier Böse, die Mega sind. Na, also das ist typische wie immer eigentlich. Ja, genau. Und jetzt ist es halt auch vier böse Digimon, die halt auf Mega-Leib sind, die Meister der Dunkelheit. Da frag es nicht, nimm es einfach hin. Oh, die Änderung ist so schlecht. Jedenfalls, und statt dass die alle auf sie gehen und sie zusammen fertig machen und sie hatten die Gelegenheit, sie wurden dann noch gerettet, weil ein anderes Digimon sich geopfert hat, um sie da rauszuholen. Also dann auch wieder eigentlich ein gutes Thema. Und jedenfalls, dann erfahren sie, wo die sind wieder und statt dass sie zu viert hingehen, sagt das eine Vieh, ja, das ist mein Territorium, ich bin dafür zuständig, deswegen bringe ich die jetzt um. Und dann geht es da alleine hin und was passiert natürlich? Alleine können die einen von den Vieren platt machen. Und dann arbeiten die auch wirklich jedes einzelne von denen ab. Ja, ein bisschen billig. Ja, also, ja, dann diese Welt insgesamt ist auch so ein bisschen komisch. Also dieses Stärke-Balancing ist nicht klar. Irgendwo reicht ein paar Rookie-Level aus, um Champion-Digimon fertig zu machen. Aber viele Champion reichen nicht aus, um Ultra-Digimon fertig zu machen. Und ein Champion-Digimon ist so krass wie ein Mega-Digimon-Teil. Ja, so wie es... Irgendwo ist es einfach nicht ganz klar. Es ist auch immer, die Kämpfe sind wirklich so standardisiert. Also es ist wirklich immer, oh, er ist zu stark, dann muss ich digitieren. Und dann kann ich ihn platt machen. Es ist nicht, dass sie mal irgendwie clever sein müssten und einen Schwachpunkt ausarbeiten oder eine Taktik oder so. Gab es ein einziges Mal, kann ich mich daran erinnern. Oder dass sie mal zusammenarbeiten und ihre Kräfte zusammenwürfen oder das wirklich im Ausspielen, dass einer halt unterschiedlich groß ist und der andere ist kleiner und der hat die Fähigkeiten und der hat die Fähigkeiten. Das passiert irgendwie überhaupt nicht. Also es gibt keine Choreo oder dergleichen, wie es jetzt bei Dragon Ball war oder so bei den Kämpfen. So und ja, es gibt auch, diese Welt an sich ist auch komplett unlogisch. Also sie brauchen halt, Digimon der Digi-Ritter brauchen die Digi-Ritter, um zu digitieren. Es gibt aber andere Digimon, die einfach so digitieren können. Und wenn diese Digimon genug Schaden bekommen, sterben sie einfach. Wenn die Digimon der Digi-Ritter genug Schaden bekommen, entwickeln sie sich erstmal zurück auf ein vorheriges Level. Das ist so irgendwie, ah, es ergibt keinen Sinn. Du darfst eigentlich nicht als Erwachsener an diese Serie rangehen. So, was wollte ich noch sagen? Nichts. Ja, in jeder Folge werden einige Minuten wirklich mit diesen Digi-Ritter schon verschwendet, die du spätestens nach dem dritten Mal schon... Dann diese 3D-Animation. Ja, genau. Und jedes Mal, und jedes Mal, und jedes Mal. Oh, das nervt mir noch. Ja, ich bin gespannt, ganz ehrlich, mit der neuen Staffel. Ich würde sie mir wahrscheinlich so angucken, wenn ich irgendwie rankomme. Einfach nur, um zu sehen, ob sie clever genug sind, dass sie auf die Zielgruppe das zuschneiden. Was ist die Zielgruppe? Ich glaube nicht, dass sie jetzt großartig neue, junge Leute damit ansprechen können, sondern das sind wahrscheinlich eher so Leute wie ich. Meinst du wirklich? Ich glaube, ja, weil der Hype, es gibt einen gewissen Hype jetzt im Internet, dass die halt sagen, wow, es kommt eine neue Staffel und da freue ich mich schon mega drauf. Das sind halt alles Leute, die es in meiner, also in ihrer Kindheit geguckt haben. Ja gut, aber die Kinder, die Kinder sind nicht im Internet normalerweise die ganz kleinen Foren, oder? Nee, deswegen, ich sage ja, das sind ja Leute in meinem Alter oder noch älter, die dann halt mit Mitte 20 sagen, wow, ich habe das damals geguckt, auch bei Amazon, kannst du dir mal die Bewertungen angucken. Ja, es sind dann wahrscheinlich so. Es ist genau, schön, dass sie diese Serie hier haben, das ist jetzt noch mal ein paar Erinnerungen, genau, was bei mir halt auch der Anreiz war. Und, jedenfalls, ich bin einfach gespannt, ob sie das sich vor Augen führen, diese Problematik, und es dann auch ernster machen. Also der Zeichenstil, es gibt bisher nur ein einziges Bild, wie die dann erwachsen aussehen, also sie sind jetzt 17. Es wirkt ernster zumindest, weil bei der Staffel haben sie es halt noch total krass, oder bei allen Digimon-Staffeln mit so einer richtig krassen Farbsättigung, dass es halt einfach nur übertrieben ist. Und da wirkt es schon dezenter. Also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch die zweite Staffel da angucke, weil die hat zwar dieses Digimon, das aus dem Nichts erschaffen wurde, was dann wirklich diese krasse Problematik hat, aber allein deswegen dann auch noch mal so gut 50 Folgen durchgucken. Näh. Das ist echt viel. Ich habe mich wirklich gefreut, als ich das noch mal angefangen habe, und das war am Anfang auch überzeugend, aber ich hatte es, es war romantisch verklärt durch die Jugend. Also es hält jetzt nicht mehr Stand. Ich würde sagen, von den Themen her ist es wirklich immer noch eine gute Kinderserie, weil wenn ich mir mit meiner kleinen Cousine hier irgendwelche Kinderserien angeguckt habe, mal welches Muster, denn das hat irgendwie nichts mehr, was jetzt noch sich irgendwie mit Problematiken auseinandersetzt, so richtig. Und das hat Digimon noch. Also von daher, ja, setzt eure Kinder vor die Mattscheibe und zeigt den Digimon. Ich finde, die schönste Kinderfigur vom Namen her ist der Kackophant. Kennst du die? Das kenne keine Sau jetzt, oder? Kackophant, kann man mal googeln. Das war doch von Sanft und Sorgfältig, oder? Ne, es gibt den Kackophanten. Ja, aber das war doch bei Sanft und Sorgfältig mal, oder? Was reden wir über Waden? Babel. Ach, Babel. Meine Lippen sind gerade schon ein bisschen. Sprachen lernen einfach mit Babel. Jetzt habe ich den Gag nochmal gebracht. Gut, eine Stunde fünf Zeit hörst du den jetzt an. Ich meine, wir werden noch ein bisschen was rauskatten, okay, aber wir kommen jetzt zu einem Ende, es war genug. Ich habe mir von Digimon ein bisschen mehr erhofft, also auch jetzt beim Vortragen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, was du mit deiner Kindheit gemacht hast. Was soll ich denn da machen? Pokémon. Ja, ich finde es im Nachhinein finde ich Pokémon auch richtig kacke. Ich fand es damals schon kacke. Vor allen Dingen immer mit dem Bisa-Sam. Ja, im Schluss war Team Rocket in jeder Folge und immer ihre Standardsprüche und immer derselbe Scheiße. Was neulich erst aufgefallen ist, was besser war an Pokémon, war die Kämpfe. Das war alles. Also die Arena-Kämpfe, wo sie wirklich ein Pokémon nach dem anderen mussten teilweise ein bisschen taktisch denken. Das war halt wie im Spiel. Ja, genau. Deswegen hat es dir auch irgendwie, aber manchmal war es auch so, ja, dann Doppelteam und dann war Doppelteam irgendwie, dann konnte er ihn nicht treffen und dann ging es trotzdem irgendwie, ja, war ich Pikachu, weil so schwerer, dass sie aus den Attacken mehr gemacht haben, weil im Spiel war so eine Attacken, ja, Doppelteam und Kreischer eingesetzt. Niemand, ja. Ja, das war immer, wenn du Gegner das gemacht hast, hast du so einen Gegner verflucht, dass er deinen Angriff senkt, aber du hast trotzdem in den reingepackt. War irgendwie Blocker auf deinem Tackle und dann musstest du Heuler machen oder so? Ich hab nie irgend sowas gemacht. Ich hab immer sofort Damage verteilt. Aber wenn du keinen Tackle mehr hattest, aber Tackle gab es unendlich, oder? Nee, 35. 35 AP. Angriffspunkt. Es wird so nerdig gerade. Unfassbar. Gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin jetzt durch auf jeden Fall. Gut. Wir hoffen natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann vielleicht über Babel sprechen und über Sanft und Sorgfältig. Kennt ihr bestimmt auch. Wenn ihr es noch nicht kennt, werden wir es euch mal vorstellen. Ja. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, einem feuchten Händedruck. Vielleicht auch mehr. Mal sehen, was sich entwickelt. Ja. Und denkt immer daran, müde Schlafwandler wandeln mehr. Oh, wusste ich noch gar nicht. In diesem Sinne macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss. Tinte. Untertitelung des ZDF, 2020